Sillim und ich versuchen jetzt zum, keine Ahnung wie fehlt mal die Sachen jetzt überleben bis zum Ende des Todes quasi. So Sillim, kommst du? Ja. Das ist doch mal magic oder? Das ist doch magic oder? Guck mal. Hey, aua. Au! Guck mal, das ist doch magic, guck mal. Pass auf, seht, ich hab'n Trick. Ich hab'n Trick gelernt, guck mal. Moment, ich komme. Ich hab'n Trick, wo du auch das gewirbelt hattest. Nein, das ist nicht meiner. Den, den du meinst, ist dann der jetzt der hier, warte. Den hier meinst du, ne? Ja. Nein, ich mein' den hier. Oder den hier, warte. Guck mal. Ja. Wie ich dir so ein Kopf ist aufgegeben habe. Guck mal, guck mal. Kannst du dann einflenden? Ne, ich mein' den hier. Kannst du dann einflenden, wie mein Kopf fast abgerissen wurde? Ja. Mal gucken. Wir können's ja nochmal machen. So, halt mit deinem Kopf hin. Sollte ein Alkon, dann gehen wir aber sofort hoch und halten uns fest, okay? Festhalten! Festhalten! Hoch, hoch, hoch! Wir machen das oben. Geh hoch! Dann ist dann am Ende des Videos ein, wie mein Kopf dort fast abgerissen wird. Also natürlich ein Dämpel ist. Oh, oh. Okay, okay. Jetzt musst du auf... See, ich muss jetzt besonders gut aufpassen, weil... Ach so, vergiss den Like und den Abo-Knopf nicht zu drücken. Wenn der Rot leuchtet, mach ihn weiß. Und aktiviert bitte die Glocke. Kannst du es dann einblenden? Äh, im nächsten Part versuche ich vielleicht mal, dir irgendwas beizubringen. Oder machen wir irgendwelche witzigen Sachen mal. Probier ein paar Sachen aus vielleicht. Also wenn ihr den Part überhaupt sehen werdet, wenn wir vielleicht es nicht verlieren. Das ist was los. Ähm, wieso stehe ich hier? Das ist was los. Ähm, wieso stehe ich hier? Das ist was los. Seht ihr mich? Ich hab Angst. Moment mal das... Bleib mal das so... Hi. Ich so hi. Halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Der Part soll online kommen. Jetzt ist es auch schon das Ende. Er werden runtergehen. Ich sag schon mal Bye mit dem Video und bis gleich. Halt dich! Ich sag schon mal geht's! Ja! Que systems? Das ist aussahan. Halt dich doch nicht. Vielen Dank.